Ein Ticket, neun Museen, vier Tage lang. Museum Total soll Besucher in die Landeshauptstadt locken. Ab 18. Februar kann man mit nur einem Ticket fast alle Einrichtungen in der Landeshauptstadt besuchen. Die Häuser werden in ihrer Gesamtheit beworben. Die Menschen werden aufmerksam gemacht auf den gesamten musealen Schatz, der am Standort Linz konzentriert ist. Das ist wirklich ein großes, vielfältiges Angebot, das sonst immer nur in Teilen präsentiert wird. Und der Vorteil für die Besucher während der Museumstage mit einem Ticket in alle Häuser. Den Besuchern die Scheu vor Kunst und Kultur nehmen, Museen für jeden zugänglich machen. Das ist das Ziel von Museum Total. Vergangenes Jahr sind diesem Angebot etwa 10.000 Personen gefolgt. AEC, Lenthus Kunstmuseum, Schlossmuseum und etwa auch die föstalpine Stahlwelt sind heuer Teil der Museumstage. Um nur 10 Euro in neun Museen. Das ist nur durch eine Zusammenarbeit von Tourismus, Land und Stadt Linz möglich. Gemeinsam ist man stärker. Ich glaube, auf diese Formel kann man es reduzieren. Überhaupt dann, wenn es um die Museumsangebote geht. Jeder und jedes Museum ist bestrebt, gute Zahlen zu liefern. Und da kann man auch gemeinsam mehr erreichen und in einer geballten Schau mit einem gemeinsamen Projekt auch zeigen, welche Schätze man im Museum hat. Museum Total von 18. bis 21. Februar in der Landeshauptstadt. Workshops, besondere Führungen und Kinderprogramm inklusive.